hallo ihr lieben ich wünsche euch einen wunderschönen guten morgen oder je nachdem wann ihr das video schaut ja heute geht es weiter mit tag 2 und ich habe mir hier schon wieder alles zurecht gelegt habe mir schon mal kaffee wieder gemacht und das war heute in meinem adventskalender von kinder so ein kleiner süßer schneemann der ist auch aus ja wie ui schokolade und hier liegt die nummer zwei und ich bin schon total gespannt ich habe hier schon ein bisschen geschüttelt das ist hier so ein bisschen keine ahnung wenn wir gleich sehen ja und ich glaube ich habe mich ein bisschen erkältet also nicht wundern wegen der stimme oder ja ist ja auch kein wunder bei dem wetter ich weiß nicht wie das wetter bei euch ist bei uns ist ziemlich kalt geworden leider immer noch kein schnee in sich bin ich ein bisschen traurig weil ich hätte so gerne schnee aber ja gut so ok cool zur seite da habe ich drin einmal dieses doppelseitige klebeband vom action bringt das kennt ihr auch alle sehr sehr cool vielen vielen dank das kann man auch immer gebrauchen auf jeden fall mega ja und die videos sind auf jeden fall sehr sehr kurz gibt ja sonst nichts zu zeigen aber morgen gibt es eventuell ja ein paar videos mehr falls ich es schaffe ich habe nämlich ein bisschen geburtstagspost hier stehen und die werde ich wenn ich es eben schaffe morgen noch ab filmen vor allem für die die mir die geschickt haben damit sie ja sehen können wie ich das auspacke und ja ihr lieben ich verziehe mich jetzt gleich in die küche ich trinke jetzt meinen kaffee und dann geht es ab in die küche ich muss nämlich noch einen kuchen backen für morgen und ja dann wünsche ich euch einen schönen tag und wir sehen uns morgen wieder hier bis dahin tschüssi